Hallo meine lieben Rätselfreunde hier bei Betreutes Denken, zusammenrätseln statt Langeweile und ich habe euch wieder was von Richard mitgebracht und zwar ein Ottsudoku, Ottsudoku heißt ungerade auf Deutsch und die Kreise, die hier angemerkt sind, um die Regeln ganz kurz zu erklären, in diesen Kreisen können nur ungerade Zahlen vorkommen, sonst gibt es keine Beschränkungen, sonst gelten nur die normalen Sudoku-Regeln, sind ja ein paar Zahlen angemerkt, schauen wir doch einfach mal rein, ich packe euch wieder einen Link in die Beschreibung, da könnt ihr das Rätsel auch selber öffnen und dann selber durchrätseln, fangen wir doch mal zusammen an. Falls ihr auf diese Art von Rätsel abfahrt, dann lasst doch gleich ein Abo da, weil ich werde noch ganz viele solche Rätsel machen mit euch. Genau, dann schauen wir doch mal in dieses Sudoku. Hier von den angemerkten Zahlen haben wir doch etliche geraden Zahlen angemerkt hier, dann schauen wir vielleicht erst mal, ob wir da was machen können. Die 4 zum Beispiel, ja finden wir direkt, dass die 4 eigentlich nur hier stehen kann. Dann können wir mal hier schauen, hier oben müsste auch noch eine 4 sein, fängt schon mal ganz gut an, die 4 ist hier nicht, hier nicht, die ist hier. Ich kann die ja sofort aus den Kreisen ausschließen, weil das ja ungerade Zahlen sein müssen, die da drin stehen. Und dann ist hier noch eine 4, hier und hier, müsste hier sein, die 4 hier müsste dann in den mittleren hier auch stehen. Dann haben wir eigentlich alle 4en, die 2en, ja, naja, ist nur eine drin, was soll man da sagen? So, hier, da könnten sie stehen, die 2en, dann ist sie hier nicht, hier nicht, dann ist hier eine 2, bringt uns noch nichts. Da haben wir immer 2, 3 Felder und hier unten haben wir dann keine Aussicht auf eine 2. Die 6 ist hier auch noch nicht in diesem Feld drin, die löst uns die 4 auf. Hier ist eine 6, da muss hier eine 4 sein, verbleibenden, ist hier eine 4, das kann ich weg machen. Dann haben wir eine 6 in dieser 3 Felder und hier oben haben wir eine 6, das geht schon mal gut los. Hier haben wir nichts, da haben wir eine 6, jetzt, die können wir noch rauslöschen, können wir hier noch was machen. Naja, nur dass hier eine 6 ist und dann eben hier noch eine 6. Dann haben wir eigentlich alle 6 mal durchgeschaut in den Feldern, dann fehlt auch noch die 8. Die 8 kann hier oder hier sein und hier wird sie ausgeschlossen, dann ist die eben in diesem Feld. Das führt uns dazu, dass die 8 hier oder hier ist. Jo, dann schauen wir mal hier oben rein, hier ist die 8 und zwar da. Hier hatten wir noch keine Anwirkungen, aber dann sollte eine 8 hier sein, weil sie hier und hier ausgeschlossen ist. Dann sind 8 hier unten. Vorher haben wir noch keine 8 eingetragen. Naja, hier haben wir es ja schon eingetragen und im Gegenstück hier oben. Hier können wir dann 8 eintragen und das führt dann dazu, dass wir hier eine 8, hier eine 8 haben und entweder stehen die so überkreuz, 8, 8 oder 8, 8. Das heißt, weder hier noch hier kann eine 8 stehen, die 8 muss hier sein. Bringt uns jetzt nicht unendlich viel. Die Kombination gibt es ja immer noch. Ich glaube, ab jetzt sollten wir auf die Ungeraden schauen, weil wir eigentlich alle Geraden so eingetragen haben, wie es sein kann. Also irgendwie, diese Kreise sieht man nicht so dolle. Ich würde die mal einfärben, wenn das geht. Schaue ich mal, ob das geht. Vielleicht hier. Sieht man da noch was, wenn ich eintrage? Sieht man das? Ja, genau. So, jetzt kann man vielleicht hier schon aus irgendwelchen Mustern rausfinden, wo noch ungerade Zahlen drin sind. Weil, zum Beispiel hier, wenn wir alle Geradenzahlen schon in dem Feld haben, 2, 4, 6, 8, dann müssen die ja alle ungerade sein. Vielleicht können wir uns so ein bisschen besser orientieren. Sonst, ja, ich meine, hier können wir ja nicht sagen, dass es nicht ungerade sein kann. Weil die 8 kann ja immer noch hier und die 6 kann hier stehen. Dann könnte das auch eine ungerade Zahl sein. Die 2 haben wir unten nicht angemerkt, weil wir hier keine Informationen hatten. 2, 4, 6, 8. Okay, dann haben wir noch ein Feld mit allen. Nein. Jo. Dann schauen wir doch mal nach, welche Zahlen eben in diesen ungeraden Feldern drin stehen könnten. Zum Beispiel die 5 ist hier geblockt. Und sonst nichts. Noch die 1 ist geblockt. Dann ist das eine 3, 7, 9. Das da ist alles aus einer 1. Das mag ich jetzt mal nicht an. Hier ist auch keine 3. Dann ist es eine 5, 7, 9. Was ist hier? Was fehlt hier? Auch eine 3. Also auch eine 5, 7, 9. Jo. Da kommen eigentlich ziemlich viele Sachen vor. Schauen wir vielleicht mal, ob wir hier eine Fälschung bekommen. Und hier sieht man, die 7 wird hier ausgeschlossen und hier. Das heißt, die muss hier sein. Dann muss die 7 auch hier oben drin vorkommen. Merken wir die doch mal so an. Und des Weiteren können wir eben weitergucken bei zum Beispiel den 3. Die können ja eigentlich dann nur noch hier vorkommen. Dann merke ich das mal so an. Dann haben wir vielleicht noch, so viele Zahlen haben wir nämlich überhaupt nicht gegeben. Die 1 zum Beispiel. Die 1 sind hier oder hier. Die 1 ist ja nichts. Die 7er können wir hier oben eigentlich auch theoretisch anmerken. Bringt uns nur nicht so wahnsinnig viel. Hier, 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 hier. Dann haben wir nochmal eine ungerade Zahl. Ich sehe eigentlich gerade eher nichts. Okay. Dann sollten wir, glaube ich, mal ein bisschen systematischer hier vorgehen. Die 5 ist hier unten. Die 1 kriegen wir hier. Die 1 ist nicht hier und nicht hier. Nee, kriegen wir doch nicht. Leider haben wir hier noch eben auch eine 1. Hier könnten sie ja beides mal drin vorkommen. Aber, die 1, die sehen jetzt alle diese Felder hier. Also muss die hier oben vorkommen. Kommt also schon hier dann in dieser Zeile vor. Heißt zum Beispiel auch das kann dann auch keine 1 sein. Oder so. Was muss ich denn hier noch verteilen? Ah, in dieser habe ich zum Beispiel 2, 4, 6, 8 habe ich schon. Dann muss das auch auf jeden Fall ungerade sein. So könnte man eigentlich auch nochmal durchschauen. Das kann eine 1 sein und eigentlich fast alles andere auch bis auf eine 7. 5 nicht. Also 3, 9 würde auch noch gehen. Ne, die 3 ist ja hier auch schon. Also hier sind einige Sachen ausgeschlossen. Die 5, die 1 ist ja schon drin. Die 3 ist auch drin. Die 5, die 7er sind beides mal ausgeschlossen. Das heißt, da kann eigentlich nur noch eine 9 und die 5 von der 9 vorkommen da unten, oder? Machen wir nochmal durch. Die 7er sind hier. 1er sind hier. 3er, 5er. Und die 9er sind dann hier. Das heißt, da oben kann keine 9 mehr vorkommen. Das muss dann eine 1 sein. Und dann sind das... Ah, ich habe unterschlagen, dass da noch eine 2 drin vorkommen könnte in diesem Feld, oder? Habe ich das unterschlagen? Ja. Die 2, die muss ja auch irgendwo noch vorkommen. Das heißt, das ist kein 5, 9 Paar hier. Aber 5, 9 wäre auf jeden Fall möglich. Aber dann kann ich diesen Schluss mit der 1 nicht machen. Daher auch noch eine 2 stehen könnte, dann hier die 5. Und hier die 9 oder 5 und 7 oder so. Schauen wir mal weiter. Habe ich in einem anderen... Habe ich vielleicht in der ersten Zeile oder Spalte nochmal alle geraden Zahlen. Fast hier. Also auf jeden Fall habe ich hier die 6, 2, 4, 6, 8. Das heißt, dieses Feld muss auf jeden Fall auch ungerade sein. Und dann haben wir hier 4 ungerade Zahlen. Und dann fehlt noch eine. Also dieses Feld oder dieses Feld ist dann auch ungerade. Und im anderen ist die 2. Das können wir hier nämlich auch machen. Die 2 sind hier, aber hier sind schon alle in anderen Feldern eben gefärbt mit ungeraden Zahlen. Dann können wir hier leider nicht das gleiche machen. Hier oder hier muss schon noch eine 2 irgendwo vorkommen. Die Zahlen... Ah ja, da kann man auf jeden Fall was sagen. Weil die ja alle ungerade sind. Hier brauchen wir noch eine 2, oder? Hier brauchen wir noch eine 2. 2, 4, 6, 8. Und die 2 geht nur in diesem Feld, weil alle andere ja ungerade sein müssen. Dann haben wir hier auch alle Zahlen. Und dann sind die beiden noch ungerade. Vielleicht wird die 2 hier dann auch aufgelöst. Ja. Die ist dann hier. Und dann sollte auch 2, 4, 6, 8. Dann sollte dieses Feld auch ungerade sein. Hier wird nichts aufgelöst, oder? Ähm, nein. Haben wir sonst noch was? 6, 2 haben wir hier noch nicht eingetragen. Weil wir einfach zu wenig Informationen haben, oder? Eigentlich schon. Aber hier kann ich auch so eine Argumentation machen. Da ist eine 6, 8, 4. Hier ist nur ein Feld, das potenziell gerade sein kann. Da muss hier die 2 sein. Ähm, dann haben wir die 2 auf jeden Fall auch hier irgendwo. Okay, und dann sollten wir uns noch fragen. Hier haben wir die 4. Ähm, wir müssen ja die 2 auch hier irgendwo reinmachen. Das hätte man natürlich schon vorher sehen können. Ähm, die 2, die, ähm, schließt diese beiden Felder hier aus. Und dann bleibt das einziges Feld übrig, wo eine gerade Zahl drinstehen kann, bleibt hier diese 2 übrig. Und da wir noch eben so viele Plätze haben, aber 3 schon durch ungerade Zahlen gedeckt sind, bleiben eigentlich nur diese beiden Felder übrig für äh, 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 geradzahlige. Ähm, dann ist das eigentlich automatisch eine 6 und das ist eine 8. Die 6 muss hier stehen, weil sie hier nicht stehen kann. Damit können wir dann auch das lösen. Die 6, ähm, die löst nichts weiteres, aber die 8 löst ja das da. Dass das eine 8 ist und hier kann ich sie wegmachen. Ähm, und somit haben wir hier auch die 2 aufgelöst. Die muss dann auch hier stehen. Dann ist hier eine 1. Und dann ist das, äh, noch eine ungerade Zahl. Und damit haben wir auch gelöst, dass das eine 2 sein muss. Wie wir vorher gesagt haben, dass das noch der Fall sein kann. Aber dann ist das auch eine ungerade Zahl. 1, 2, 3, 4. Und, äh, die fünfte ungerade Zahl ist diese Zahl, die man ja nicht färben muss. 2, 4, 6, 8. Dann ist die auch ungerade. Ähm, hier bleibt, glaube ich, noch eine 2 irgendwo. Hier. Die ist hier nicht. Hier nicht. Ähm, ja, die ist hier oder hier. Die löst sich leider nur nicht auf, weil wir sie auch noch nicht wissen. Ähm, wobei können wir irgendwas, äh, in der, können wir irgendwas in der Zeile machen. Ähm, ich glaube nicht. Die 2 kann nur hier oder hier sein. Hier sind schon alle vergeben. Ähm, also das heißt, die, äh, die alle sind ungerade. Ähm, das ist dann auch ungerade. Haben wir jetzt fast alles durchgefärbt. Ähm, die 6 wurde auch aufgelöst. Die ist hier. Ähm, die 1 war die schon vergeben. Ähm, ähm, die konnte hier oder hier sein. Das geht aber, glaube ich, immer noch, oder? Ähm, ähm, nee, oder? Doch. Hier kann ja auch noch eine 1 stehen. Ja. Hier, hier, genau. Nee, nee, geht noch, geht noch, geht noch. Geht noch alles. Da war ein bisschen zu schnell. Ähm, hier. Dann habe ich eigentlich fast alle ungeraden. Und dann, äh, kann man da halt mal dann vielleicht zeilenweise durchgehen oder so. Zum Beispiel hier gucken, ob hier eine 3 geht. Ja, die geht hier. Die suchen wir noch. Die 3, die geht hier auch noch. Ähm, und dann fehlt noch eine ungerade Zahl. Ähm, 1, 3, 5, äh, die 9, oder? Ja, und die 9 geht zum Beispiel hier nicht. Die muss dann da sein. Dann ist hier die 3. Können wir das noch gut lesen? Ja, das geht eigentlich schon noch. Die 3. Die nimmt uns jetzt, ähm, hier beides mal die 3 raus. Die 3 musste dann hier unten sein. Was fehlt dann hier noch? Ähm, eine 1 fehlt. Die ist dann hier. Die 5 fehlt noch, oder? Äh, wenn ich jetzt hier eine falsche Zahl eintrage, dann, werbt sie es rot. Also die 5 passt. 1, 2, 3, 4, ähm, die 5en und die 9en. Die 5 ist hier. Die 9 ist hier. Hat sich mittlerweile die 1 gelöst. Äh, hat sie. Die 3 ist jetzt hier. Die ist schon da drin. Die 5, die ist dann da oben. Ähm, die 7 und 9 fehlen noch. Und die müssen dann so oben drin sein. Ähm, dann ist hier auch zum Beispiel die 9 jetzt schon raus. Aber ich glaube, so große Anmerkungen muss man eigentlich gar nicht mehr machen. Ähm, die 5, äh, die 9. Da hat sich noch nichts gelöst. Ähm, hier fehlt noch die 1, 5 und die 9, oder? Ähm, ja. Die können wir hier nicht verorten. Ähm. Ähm, ähm, äh, welche Zahlen hier fehlen zum Beispiel? Ähm, hier fällt auf jeden Fall, äh, die 7. Das heißt, die ist dann nicht hier drüben. Ähm, das heißt, die 7 ist hier oben. Ähm, dann überkreuzen mit der 7 hier. Ähm, des Weiteren, äh, fehlt hier, glaube ich, noch eine 1, oder? Ähm, ja. Und eine 3. 5 und 9, ja. 3 haben wir nicht. Ähm, aber dann ist hier eine 5 oder 9. Und dann hier auch noch 5 und 9, halt in dem verbleibenden Feld. Hier haben wir ja noch nicht zugeordnet, wie genau das ist. Ähm, die 2, ja, das können wir leider noch nicht machen. Ähm, dann sollte aber hier oben auch ein paar übrig bleiben. Ähm, und zwar die 3 fehlt auch noch. Äh, ah, die können wir auch nicht lösen. 3, 7. Schade, schade, schade. Wobei jetzt, äh, hier die 3 eigentlich, ähm, naja, die, kann ich die nicht lösen? Ne, leider noch nicht. Ähm, äh, hier kann ich relativ einfach sagen, was fehlt. Ähm, die 3, ähm, und die 9. Ähm, war nix. Die 5 und die 1 fällt dann hier. Ähm, also sollte auf jeden Fall die 9 hier oben vorkommen. Genau, hier sollte die 9 oben vorkommen. Dann kann ich die vielleicht so eintragen. Ähm, jetzt habe ich die 1 schon aufgelöst, ähm, die 9, ähm, die 9, ähm, die sehen hier oben noch nix eigentlich. Ähm, ähm, heutzutage, es geht schnell durch, aber jetzt, äh, da komme ich doch ins Stocken irgendwie. Das, äh, ist auch irgendwie noch weniger bekannt als, äh, irgendwie gedacht. Ähm, ja, wir müssen glaube ich, äh, jetzt vielleicht erstmal die Spalten durchgucken. Gibt natürlich mehrere Ansätze und dann, dann noch die Zeilen und dann vielleicht das, äh, was, äh, was denen dann widerspricht. Ähm, aber hier zum Beispiel, äh, können keine 7 mehr sein. Ähm, die sind hier und hier praktisch. Was fehlt hier? 3, 7, 5 und, äh, 3, äh, genau, dann hier drüben auch 3, 7, 5. Wobei die 5 eben nicht hier stehen kann, nicht hier stehen kann, also muss die eigentlich hier stehen. Dann muss hier die 7 sein, hier die 1 und dann bleibt hier nur noch die 9 übrig. Dann ist das eine 5, das eine 1. Und, äh, ich denke, wir können dann hier das da entmerken, wenn es das Wort überhaupt gibt. Ähm, und das müsste dann, äh, als letztes verbleibende eine 3 sein. Dann ist das, äh, eine 1, 7 Kombination. Dann ist hier 5, 9 und 5, 9 noch, äh, erhältlich. Und, ähm, das löst sich natürlich dann auch. 3, 7. Ähm, und dann sind die 7 nach hier unten. Und, ähm, das sind 5 oder 7. Da hilft uns jetzt leider noch keine Zahl. Ähm, jo. Ähm, aber hier fehlt ja nur noch eine Zahl, die, ähm, die 9. Ähm, und hier auch, die 3, glaube ich, hier. Ähm, das sind dann auch 5, 7. Ähm, die werden dann, ähm, in der Kombination kann man die dann entschlüsseln. Dann ist das eine 7. Ähm, dann ist die Kombination eine 7, 1, so rum. Ähm, die 2, ah, ne, die 2 haben wir ja immer noch nicht. Dann, ähm, wissen wir aber auch, was hier hinkommt. Nämlich, ähm, 1 und 9, oder? Ähm, 1 und 9 und die ist dann auch mittlerweile gelöst. 1 und 9. Dann, es fehlt hier noch eine 3 und eine 5, ja, als, äh, geradzahlige, ähm, als, ähm, die geradzahlige 2 und die 5 und, ähm, die 3 und die 5. Aber, diese Zeile erfordert ja auch noch eine 9. Dann muss die hier sein. Und hier ist die 5. Und damit fehlt dann nur noch die 3 und, äh, die müssen wir noch schauen. Ähm, wobei die jetzt mittlerweile auch an einer anderen Stelle schon gelöst ist, weil die 9 löst uns das Feld auf. Das ist dann eine 3 und das eine 9 und dann können wir das auflösen. Das ist eine 2, das ist eine 3. Ähm, das ist, ähm, dann, ähm, eine 2. Und das ist eine 5. Und dann sind wir fertig. Genau, und dann haben wir das Ding schon gemacht. Das war jetzt mal, äh, ging Flux von der Hand. Das war jetzt, äh, machbar. Also, man musste halt, äh, äh, schauen, äh, welche Zahlen eben dann, äh, ungerade sind. Musste die Felder dann eigentlich, also, wie fällt das einfach, wenn ich die dann durchmarkiere? Ähm, weil dann hatte man dann teilweise dann gesehen, äh, zum Beispiel war es, glaube ich, in dieser Zeile so, äh, ganz am Anfang, dass eigentlich, äh, de facto hier nur noch die 2, äh, übrig ist. Wenn, ähm, wenn alle anderen eben markierte Felder sind, dann muss das da die letzte verbleibende gerade Zahl sein. Und das, äh, hat dann so, ähm, geklappt und, äh, hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Äh, tolles kleines Rätsel und, ähm, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, ihr seid auf die richtige Lösung gekommen. Ähm, gebt auch ein Like, ein Abo und einen schönen Kommentar mit einem, äh, noch interessanteren Rätsel oder einem andersartigen Rätsel, was ihr gerne, äh, zusammen machen wollt. Und, äh, dann verabschiede ich mich für heute und wünsche euch eine schöne Woche. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.